Horst Eckel wurde ein roter Teufel. Seinen Traum hatte er sich erfüllt. Spieler des ruhmreichen 1. FC Kaiserslautern. Das war ja der Mythos der Kaiserslautern. FCK und die Geschichte des Vereins. Die haben ja immer höchste Liga gespielt. Jetzt mit dem Schlags aus Vogelbach. Mit 17 Jahren durfte er endlich bei seinen Idolen mitmachen. Die Trainingsmethoden am Betze. Das modernste, was es damals gab. Hier ist auch ein Kopfballtraining. Ein Mann in der Mitte spielt die im Halbkreis postierten Gegenspieler an und wird immer wieder den Ball zurück erhalten. Hier ist Horst Eckel. Und jetzt ist hier das Spiel erst einmal stoppen und dann köpfen. Und dann schlagen auch wieder immer zu dem Mann in der Mitte zurück, der die Bälle verteilt. Einer der großen Stars im Team, Ottmar Walter, schätzte Eckels Qualitäten. Ich denke ewig daran, wie man unten aus der Kabine rausging, aber zum Training. Und da habe ich den Fritz auf den Arm genommen und dann habe ich die Menschen mit dem Horst. Und er sagte, es gibt eine ganz gute, hat der Fritz gesagt. Und dann war das bei uns, wie der Fritz das so zum Ausdruck gebracht hat, war das bei uns eine ganz klare Sache, dass jeder sich darum bemüht hat, dass er jetzt schon zu uns gehört. Der ehrgeizige Eckel wurde Stammspieler, verdiente 320 Mark beim Verein. Für weitere 300 Mark arbeitete er noch täglich beim Nähmaschinenhersteller Pfaff. Man war froh, dass man eine Stelle bekommen hat, dass wir lernen konnten. Und das war für mich auch wichtig nebenbei, neben meinem Fußball war das der wichtigste Punkt. Acht Stunden lang hart schuften vor dem Fußballtraining. Das gehörte zum Alltag für Horst Eckel. Das war etwas, was unglaublich war. Aber man kannte es nicht anders. Und die waren genauso wie wir hinterher in der Generation, dass die gesagt haben, wunderbar, wir lieben den Fußball. Wir spielen gerne Fußball und würden auch Fußball spielen, auch wenn wir kein Geld kriegen. Das ist wunderbar, dass wir unser Hobby zum Beruf machen können. Weil Horst Eckel hat ein Leben lang für Kaiserslautern gespielt und heute wäre das unmöglich. 214 Mal trug er mit Stolz das rote Trikot. Er hat ihn immer den Läufer genannt, der Fritz Walter, den Horst Eckel, den Läufer und ich glaube sogar die Lunge, weil er wirklich lange und schnell laufen konnte. Manches Mal hatte Sepp Herberger das nicht so gut gefallen, da hat er etwas zu lange den Ball gehalten. Aber immer ohne Horst Eckel lief kein Spiel. Er war ja bekannt, Windhund. Ja, das weiß ich auch nicht, wieso. Das heißt ja, er war nicht langsam. Ich bin vielleicht mehr gelaufen, ich war vielleicht ein bisschen schneller wie jeder andere und dadurch ist das wahrscheinlich aufgekommen. Er hat auch gewusst zu antizipieren und genau gewusst, wann er im richtigen Augenblick die Räume auch zumachen muss. Kirk klärt mit dem Kopf und den Abfallern nimmt Eckel auf und schießt mit kraftvollem Antritt aus 16 Metern Entfernung. 1 zu 0 für den 1. FC Kaiserslautern. Geführt und dennoch verloren. Wer hat das 1 zu 0 geschossen? Das weiß ich nicht mehr. Horst Eckel. Ich? Oh, das weiß ich nicht. Und trotzdem verloren. Das kann doch gar nicht sein. Gibt's doch gar nicht. Bis zum letzten Platz war das Berliner Olympiastadion gefüllt. Jeder wollte das Endspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern, Dunkler Dress und Preußen Münster miterleben. Und in der 72. Minute erzwingen die Brüder Walter das entscheidende Tor. 2 zu 1 für Kaiserslautern. Das Stadion umjubelt den neuen deutschen Fußballmeister. 2 deutsche Meistertitel gewann Horst Eckel mit dem FCK. 1951 und 1953. Eckel war mächtig stolz über diese Erfolge. Seine Brust wurde breiter und breiter, so breit, dass es schon auffiel. Manchmal hat er so ein bisschen loses Mundwerk gehabt. Das kann man in aller Ruhe sagen. Manchmal habe ich für mich gedacht, das hätte ich mir früher nicht erlaubt. Wenn man sich mit Horst unterhalten hat, merkte man auch, was das für eine besondere Beziehung war. Er war ja der jüngste Spieler, der Horst Eckel. Und Fritz war innerhalb des Teams quasi so eine Art Vatergipfigur für ihn, an dem er sich orientiert hat. Und da merkte man halt schon stark den Einfluss von Fritz auf Horst Eckel. Ich bin ganz böse. 17.30 Uhr hat es geheißen. 17.45 Uhr. 18.00 Uhr ist unser Gehirn. Da hinten ist das Saueren. Da ist der Schieber hier. Ja. Hoffentlich läuft der Ton da nicht mit. Komm gerade. Der junge Eckel lernte sein großes Idol, Kaiserslauterns berühmtesten Sohn, Fritz Walter, kennen. Wir haben uns nicht nur gut verstanden, sagen wir mal, auf dem Fußballplatz. Er hat für mich gespielt, ich habe für ihn gespielt. Aber so persönlich, da ist was ganz anderes gewachsen zwischen ihm und mir. Ich war ja aus der Jüngste. Er war so Vater-Sohn-Verhältnis für mich. Und ich bin stolz und bin froh, dass das so passiert ist. Der Kapitän der Berner Wunderelf besaß für den Benjamin Eckel eine Strahlkraft wie sonst keiner. Wenn Fritz Walter was gesagt hat, das war genauso, wie wenn Erberger was gesagt hat. Hat jeder gewusst, das stimmt alles, was da auch gesagt wurde. Und Fritz Walter war halt der Kopf der Mannschaft. Fritz Walter wurde schon zu Lebzeiten zur Legende. Der Fußballstar, auch neben dem Platz, für den zwölf Jahre jüngeren Eckel eine Respektsperson. Wer es wagte, sich frühzeitig vom Mannschaftstraining zu entfernen, bekam Probleme. Wir haben noch die Stühle ein bisschen stehen gelassen, dann hat er uns auch noch aufgeklärt, dass wir dort wieder die Stühle hinstellen sollen, wo sie auch gestanden haben. Das war so die erste Lehrstunde, die ich mit Fritz Walter gehabt habe. Und das war eine gute Lehrstunde. Ich stelle heute noch meinen Stuhl dorthin, wo er gestanden hat. Das Verhältnis von Fritz Walter war dann so, dass wir gute Freunde geworden sind. Aber später hinaus, Jahre hinaus, dann war es noch mehr wie eine gute Freundschaft. Im Juni 2002 starb sein Mentor, sein väterlicher Freund Fritz Walter. Es war eine ganz schlimme Sache, wie er bestorgen ist, wie ich das gehört habe. Ich habe acht Tage, aber ich konnte gar nicht mehr groß mit jemand sprechen. Es war schon sehr schwer für mich. Es hört sich irgendwie an wie eine große Liebe. Ja, das kann man wohl sagen. Bahnhof Köln. Umsteigen. Eckel auf dem Weg, um jugendliche Strafgefangene zu besuchen. So, wie es auch schon Sepp Herberger und Fritz Walter getan haben. Dass ich mal in die Fußstapfen von Fritz Walter trete, das war für mich eine ganz, ganz große Ehre. Und ist heute noch eine große Ehre für mich, da in die Gefängnisse zu gehen und mit den Jungs zu sprechen. Eigentlich war sein Leben eine einzige Reise und er wusste, wem er dabei am meisten zu verdanken hat. Alles das, was man eigentlich den Jugendlichen sagen sollte, das hat Horst vorgelebt. Er hat eine Disziplin und Anstand. Er ist immer noch mit seiner Frau zusammen und so weiter. Er hat die Regeln, die das Leben stellt, die hat er eingehalten. 1957, drei Jahre nach dem Wunder von Bern, hatten sie geheiratet. 50 Jahre später, die goldene Hochzeit. Ich habe eine Frau bekommen, die immer an meiner Seite war. Und wenn was war, bin ich zu ihr hingegangen. Da hat immer bei mir mitgeholfen, was zu machen, was richtig war. Eine bessere Frau, wie ich gehabt habe, das glaube ich, gibt es heute gar nicht mehr. Das ist ja eine schöne Liebeserklärung, oder? Ja. Das kann man auch sagen. Amen. Hannelore, die Liebe fürs Leben. Wir sind zusammen weggegangen, es war so eine Jugendgruppe. Wir sind tanzen gegangen, der eine hat Mundharmonika gespielt, der andere Schifferklavier und auf dem Kamm Musik gemacht und diese Dinge eben. Dann haben wir miteinander getanzt und irgendwann hat man wahrscheinlich doch Interesse aneinander gehabt. Mama ist eine große Liebe. Das war schon im Sandkasten so. Er hat sie gesehen, da war sie drei und er war acht. Und er hat dann zu einem Freund gesagt, die Frau, das Mädchen, das heirate ich. Ja, und so ist er. Das hat er dann auch gemacht. 1960 verließ Horst Eckel den FCK. Der Weltmeister ließ seine Karriere bei Völklingen im Saarland ausklingen. Sein sportlicher Alltag in der Regionalliga war trist, das Wunder von Bern weit weg. Aber auch abseits des Strafraums musste Eckel noch einige Hürden überwinden. Er schulte um, wurde Lehrer für Sport und Werken, fuhr täglich an die Realschule nach Kusel. Seine Ehefrau dagegen hielt ihrem Mann den Rücken frei. Sie zog zwei Mädchen groß. Eckels besaßen nicht viel, aber es reichte zum Leben. Ich bin hier an der Schule und da ist es also sehr interessant, dass Schüler zu mir kommen und genau wissen, wer zu dieser Zeit gespielt hat. Wer Fritz Walter, wer Ottmar Walter, wer Liebricht war. Und wenn ich dann mal wirklich nachfrage, wer hat 74 denn im Endspiel gespielt? Ganz wenige wissen, wer 74 beim Endspiel war. Und ich kann mir das also nur so erklären, dass die Eltern, der Vater oder der Onkel, diesen Kindern immer wieder erzählt von der Weltmeisterschaft 54 und ganz wenig von der Weltmeisterschaft 74. Die Mannschaft 1 geht hier neben das Tor, die Mannschaft 2 hier drüben neben das Tor. Bitte Aufstellung nehmen. Eckel war ein strenger Lehrer. Ja, da komme ich in den Rhein, da sitzen drei, vier mit der Mütze auf. Habe ich gesagt, wie? Sofort die Mütze weg. Sofort die Mütze weg. Bei mir gibt es das nicht, dass hier einer im Unterricht die Mütze auf hat. Zehn Jahre nach dem WM-Titel von Bern musste Eckel hart arbeiten. Anfang der 70er zog er mit seiner Familie in den Hund zurück, probierte es als Hotelier. Ein kleines, aber schmuckes Hotel in Moorbach unweit der Hunsrückhöhenstraße feierte Eröffnung. Und 8000 Menschen kamen. Denn der Pächter ist nicht irgendwer. Sein Name, Horst Eckel. 38 Jahre alt, 32 Mal in der Nationalelf und Mitglied der Weltmeisterschaftsmannschaft von Bern. Der frischgebackte Hotelier wusste, was er seinen Mitbürgern schuldig war. A la carte zur Premiere offerierte er Fußballkost à la WM 54. Fünf Berner waren dabei, nebst Kapitän Fritz Walter und Sepp Herberger, die die Unheurs besorgten. Und dann kamen die Alt-Internationalen in einen wahren Spielrausch. Eckel zu Rahn, Rahn schießt, 6 zu 0. Das dritte Tor des Boss, der das Tore schießen, weiß Gott noch nicht verlernt hat. Und jetzt Horst Eckel. Trotzdem ist dieses 7 zu 1 ein gutes Anfangskapital für Horst Eckel, möge es sich in seinem neuen Beruf gebührend verzinsen. Für die Fußballfans blieb er ein strahlender Held. Privat aber ging es um die blanke Existenz. Es war eine sehr schwierige Zeit, ja. Ich habe das meinen Sportlehrer gemacht. Dann habe ich ja nichts verdient in der Zeit. Da hat meine Frau dann ein Sporthotel geführt. Tag und Nacht hat sie gearbeitet. Und ich habe dann drei Vereine trainiert, in einer Woche immer. Und habe Samstag selbst noch Fußball gespielt. Ich war dann nur unterwegs auch, dass wir da über die Runde gekommen sind.